In der Familie Spillett ist jeder außergewöhnlich. Nein! Nicht meine japanischen Rüsselkäfer weg! Mein Vater hat die Seele und Mentalität eines Cowboys. Jeden Abend genehmigt er sich ein Glas Whisky. Und meine Mutter hält sich für eine große Naturforscherin. Wie sich meine Eltern je ineinander verlieben konnten, ist ein Rätsel. Sie sind wie Tag und Nacht. Dann ist da meine Schwester Gracie und ihr Traum berühmt zu werden. Und Leighton, mein ungleicher Zwillingsbruder. Er hat die Muckis und ich den Grips. T.S. Spivitt, ihre Erfindung, ist der Gewinner unseres renommierten Baird-Preises. Wow! Die glauben, ich bin ein Erwachsener. Die Reise macht mir zwar Angst, aber egal. Morgen fahre ich nach Washington und hole meinen Preis ab. Liebe Familie Spivitt, ich bin eine Weile weg, um etwas Wichtiges zu erledigen. Keine Angst, mir passiert nichts. Hey, Juna! Hallo, T.S.? Ich weiß doch nicht, wonach du suchst, aber lass dich nicht vom Weg abbringen. Und bleib schön, wie du bist. Viel Glück, Mann. Es tut mir leid, was ich getan habe. Niemand hat je darüber gesprochen. Das war nicht deine Schuld, T.S. Es war nicht deine Schuld. Das ist mein Bruder, ich kann's nicht fassen. Er ist im Fernsehen. Meine Damen und Herren, T.S. Spivitt. Ja, 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 ja!